Ah, vier Minuten hab ich noch Zeit. So. So. Scheiße, der hat mich. So, jetzt brauche ich aber meine andere Waffe wieder. Bei denen erschieße ich jetzt auf Distanz. Jawohl, jetzt ist er unten. Komm raus du Drecksau. Feuert auf die Brücke! Feuert auf die Brücke! Jetzt ist er dran! Ach man, muss das sein? Ach nein, schon wieder von hier hinten. Hm. So. Nochmal von vorne. Der Helikopter, da haben sie sicher die anderen Krieger hingebracht. Scheiße! Ich hoffe das war das Weißbrot! Feigling! Mieser kleiner Feiglings! So, komm her, komm her, komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! So. Dann schießen wir jetzt erstmal den hier. Kaboom! Komm her! Komm her! Komm her! Ja toll, war es da schon? Jason war eben hier! So, wo sind die nächsten? Da unten. Da unten. Da unten. Aber bis jetzt haben sie mich noch nicht. Ich glaube das bleibt auch dabei. So, wo ist der Alarm? Den muss ich jetzt erstmal deaktivieren. Okay, da oben ist einer. Ich würde sagen, der hat mich gesehen. Ja, ein lecker Bier. Leck mich da! Der ist für den Helikopper! Ich gehe an das MG! Wir lassen den Wunschrauben nicht erreichen! Ich lauf rüber zum Alarm! Leck mich da! Jetzt kommt... Ich lauf rüber zum Alarm! Den habe ich deaktiviert, du Vogel! Ich lauf rüber zum Alarm! Den habe ich deaktiviert, du Vogel! Und da ist noch einer! Scheiße! Lass mich da! Aber ich weiß, dass da oben noch ein paar sind. Der Heli! Keine Zeit verlieren! Bitte, bitte, bitte! Jawoll! Du wie ein Mann, Cam! Jetzt komm schneller! Hey! Und ich habe es geschafft, ohne erwischt zu werden! Ne, was bin ich stolz auf mich! Geht ab! Okay, okay! Bring uns hoch! Los, los! Oh! Ja, läuft! Ja! Hauptsache, ich habe den Checkpoint erreicht! Jetzt... Oh, 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 oh. Oh nein, da ist er schon wieder. Oh, scheiße. Hat er mich jetzt wirklich erschossen? Oh, du kannst das nicht ändern, sagte die Katze. Wir sind alle toll. Hier, ich bin toll. Du bist toll. Woher weißt du, dass ich toll bin? Ach, scheiße. Wieso erschießt der Dreck, sagt mich? Denn... Boah, voll das Mostengrab hier. Und ich bin mittendrin. Ui. Ui. Lauf doch nicht weg, helf mir lieber. Wer ist dafür verantwortlich? Was? Und zwar zur Feier deines Todes. Aber es war mir eine Show für heute. Ich bin längst noch nicht tot. Sag, Citra, ich komme. Okay, ich sag's dir sofort. Okay. Ich muss mein Zeug von den Piraten zurückholen. Ja. Ausrüstung beschaffen. Ich würd sagen... Ja. Nee. Bei was für Aufmüt' ich denn da gelandet? Ja. 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 Du bist scheiße. Ja. 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 Nehm ich erstmal das blöde Hundefell mit. Wer weiß. Vielleicht brauche ich das noch irgendwann. Ja. 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 три�데. Ja. Da. Ja. Scheiße, der hat mich. Eine Mine. Ah nein, das ist auch noch so ein Dicker. Ich würde sagen, ich muss da hinten irgendwie hinkommen. Ohne, dass der mich entdeckt. Und die Mine hier platzieren. Jawohl. So lobe ich mir das doch. Und er hat immer schon eine Granate dabei. Ich suche das Lager nach Ausrüstung. Habe ich das nicht gerade gemacht? Hier war ich doch schon. Dann gehe ich nochmal hier hinten her. Nichts. Den habe ich gerade erledigt. Hier muss ich doch hin. Hallo? Joop. Ich muss dich warnen. Was ist ein großer Krieger. Aber holt ist wie ein Dämon. Viele Radjahrs haben seine Insel angegriffen. Niemand kam zurück. Einer nach dem anderen, Dennis. Erst war es, dann holt. Was du mir da sagst, ist unmöglich. Das könnte nicht mal ich. Wie war das Sprichwort, Dennis? Für alles gibt es ein erstes Mal. große worte aber der doktor meinte das boot ist fertig du wirst bald aufbrechen